Hallo und grüß euch zurück zu Tropico 4 in der Mission Nummer 12 nach einem Riesen-Tornado-Angriff, sag ich mal so, Traumautorennen. Präsident, wir wurden eingeladen am Wettbewerb, um das beste Auto der Welt teilzunehmen. Wir wissen alle, dass das beste Auto das meistverkaufte Auto ist. Wenn wir vor dem Termin genügend Autos exportieren, gewinnen wir den ersten Preis und viel Geld. Leider fällt der Preis aller Autos, wenn wir verlieren. 400 Aussehen in vier Jahren, das kann man später immer noch annehmen. Und kleine Randnotiz, die Fabriken jetzt hier zu bauen, natürlich extrem schlechte Idee. Sollte man definitiv eher an den Strand bauen. Liebe und Frieden, Präsident! Äh, nein, nicht die Hinweise deaktivieren. Was ich auch machen werde, warum, sag ich euch gleich. Einfach wegen den Transportwegen. Sprich, dass man nicht durch die ganze Stadt fahren muss mit dem Zeug. Hat das Ding der Platz am Strand? Hätte es, wenn der Strom da unten wäre. So gesehen war es natürlich keine geschickte Idee, das Solarkraftwerk da raufzubauen. Ja, aber da kriegen wir schon noch hin. So, und ich glaube, ich leist mir auch, ähm, ne, weiß ich wieder mal, Fint. Sag's mal, die Wetterstation. Okay, aber das bitte als erstes bauen, dass man sich Fabriken aufstellen können. Da wohnt irgendwie niemand drin. Warum auch immer. Kann sich's keiner leisten, oder? Kann sein. Hab die Erlässe, die Standarderlässe, gar nicht rausgegeben. Machen wir das noch? Ah, vielleicht deswegen die Leute so sauer. Hm, das kann sein. Boah, Kristallweg, was ist das schon wieder? Indem wir Fernsehen und Religion vereinen, zwei der mächtigsten Kräfte der Welt, können wir ihre Launen und Bedürfnisse beeinflussen. Der blinde Eifer und die Überzeugung, die von der Religion und der Fernsehwerbung geboten wird, kann eine mächtige, gelbspeiende Maschinerie erschaffen. Schaffen. Bauen sie eine Diamant-Kathedrale und zwei Fernsehstationen. Ja, die Aufgabe bleibt uns eh erhalten. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal die Elektroniken produzieren. So, kommen wir jetzt weit genug runter an den Strand. Wir werden gleich mal die Straße verlegen. Beziehungsweise machen wir so, bauen wir vorher die Fabrik. und dann die Straße passend entlang, falls sie noch vorbeigeht. Uh. Ah, leider nicht. Nochmal das Ganze. Geht sich's jetzt aus? Kann ja nicht mal mehr ansetzen für die Straße, okay. Kann sein, dass ich die einfach an den gleichen Fleck wieder gebaut habe. Ich glaube, ja. So. Noch ein Versuch. Na komm. Okay, okay. Fragt mich nicht, warum ich das gerade probiere, so zusammen zu quetschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da noch mehr unterbringen am Strand. So, noch das mal in Arbeit, zumindest die Fabrik an sich, dann könnte man eigentlich das Ding hier abreißen. Den ganzen Strom produziert ja unser Solarkraftwerk. So, an was scheitert es denn jetzt schon wieder? Religion, Unterhaltung. Unterhaltung. Habe ich nicht ein Kino gebaut? Ist das irgendwie... Ah. Das ist vermutlich auch beim Tornado draufgegangen. So, weitere Apartment-Blocks. Gut, und laufen lassen. Ja, hat uns ganz schön zurückgeworfen. Der Tornadoangriff. So. Ja, da arbeitet auch niemand mehr. Gut, dass wir die Hochschule gebaut haben. Den Kriminellen haben wir jetzt auch. So, die ist fertig. Fast fertig. Die Importe lassen wir zu. Okay. Hier ist Sunny Flowers mit der Stunde der Wahrheit. Alarmierende Berichte erreichen uns Minuten nach der Eröffnung der neuen Elektronikfabrik. Sie wird tatsächlich Chips zur Gedankenkontrolle herstellen, die Menschen, sogar Präsidentes, in hirnlose, ferngesteuerte Roboter verwandeln. Wo pflanzen sie diese angeblichen Chips ein? Gerade sie sollten das wissen, Penultimo. So. Herr Präsident, wie Sie wissen, stehen die hiesigen Wahlen unter der Beobachtung der Vereinten Nationen, die ich repräsentiere. Der Termin ist in zwölf Monaten. Ja, ja. Was haben wir noch vergessen? Ein Außenministerium und ein Ministerium an sich. Das werden wir, glaube ich, auch noch bauen. Wäre sicher keine schlechte Idee. So, Ministerium kommt auch dahin, würde ich sagen. So, unsere zwei Experten sind da. Heißt, hier kann ich jetzt auch die Ausbildung beginnen. Sehr gut. Da sind wir auch wieder über 50%. Ja, alles, was wir jetzt noch brauchen, sind ja, rund 100 mehr Einwohner. So, das wird man doch noch irgendwie hinbekommen. Da wird auch schon brav gearbeitet. Sehr gut. Was machen wir denn da? Exportpreise erhöhen sich um 15%. Das machen wir auch. Ja, sobald wir etwas auf der Seite haben, Zollbehörde ist sicher auch nicht die schlechteste Idee. Okay, so, bauen sie mehr Parks. Europa, ja. Das kann ich mir gerade und gerade noch leisten. Bauen sie mehr Parks, nehmen wir auch an. Dann werden wir das auch gleich machen. So, unsere Kreisverkehre verzieren. Ein bisschen zumindest. Dann kann ich behaupten, ich habe mir ein wenig Mühe gegeben mit der Deko. So. So. Schlechtes Gesundheitswesen. Naja, gut, da arbeitet ja nur mehr einer, aber das sollte sich hoffentlich gleich mal ändern. So, die ist auch noch im Bau. Da ist jetzt auch schon besetzt. Müssen wir nur noch... Ah, wir haben kein Geld mehr. Bisschen ärgerlich. Wir haben wirklich kein Geld mehr. Hm. Gerade eine eher ungünstigere Situation. Ja, da sind die Lager mal gefüllt. Gut, dann sollte man da schon rumkommen irgendwie. Da müssen wir warten, bis wir das erste Mal exportieren. Dann haut das schon hin. Ja, und was ja auch geheißen hat, wenn man im Minus ist, importiert man nichts. Also, so wie ich das gesehen habe, ist es nicht ganz richtig, weil wenn man Exporte hat und man mit denen ins Plus kommt, importiert man dann auch automatisch. Soweit ich das gesehen habe. So, Goldvorkommen erschöpft, aber dank Borlochmine geht es ja hier weiter. Weil haben wir auch gewonnen. So. Da wird produziert, das ist gut. Zufriedenheit ist auch rauf. Ja, dann würde ich sagen, stabilisieren wir das Ganze noch ein bisschen und bauen noch eine Borlochmine. Die Frage ist, für was? Sollen wir Eisen abbauen? Ja. Machen wir das. Erdbeben. Super. Und das ist vermutlich... Oh. Seismograph. Den habe ich gebaut. Super. Nicht viel passiert in dem Fall zum Glück. Bio-Farm ist kaputt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Sollen wir einfach da eben eine zweite bauen. So. Immer noch nichts im Ausgangslager. Durch das Erdbeben gibt es auch gute Nachrichten. Tropico hat einen Weltrekord erzielt, indem es ein Erdbeben der Stärke 96 auf der Richterskala überspanden hat. Ach, es gibt schlimmere Erdbeben als Stärke 10? Gewiss doch. Ich hoffe, das nächste Erdbeben bricht unseren Rekord in dreistelliger Höhe. So. Jetzt sind wir echt mal knapp dran. Also so ins Minus kommen, das freut mich überhaupt nicht. Aber es passiert einfach extrem schnell. Man hat Geld, alles läuft gut, man baut Versorgungsgebäude, man holt Einwohner. Und plötzlich, peng, ist man irgendwie voll im Minus. Das geht echt schnell. Aber ich habe mal gute Hoffnung, dass sich das gleich mal wieder ändert. Im Moment importieren wir wirklich nichts, weil wir einfach zu wenige Exporte haben. Aber dafür läuft es hier bei den Ausbildungen sehr gut. Da können wir eigentlich auch ein bisschen Arbeitsplätze und somit Geld sparen. So, die Bohrlochmine steht auch. Gut. So, da ist jetzt endlich ein bisschen was im Ausgangslager. Armee zu klein, ja. Okay. Glaub, wir haben halbwegs die Kurve gekratzt. Was nehmen wir dann als nächstes für eine Aufgabe an? Jetzt müssen wir uns ums Traumautorennen kümmern. Oder die private Finanzierung. Müssen wir sowieso mal die entsprechenden Minister einstellen. Oh, das ist ja wirklich ein gutes Angebot diesmal dabei. So, wir werden gleich ein paar Erlässe rausgeben. Auch wenn es kostet, ist egal. So, wir kommen noch nicht ganz ins Plus. Ich hoffe, das ändert sich. Dank dem Bohrloch. Wo wir Eisen abbauen. Ja, also, das wäre wirklich knapp, sag ich mal. Ein Spielstand, wo, wenn ich Offscreen spielen würde, eventuell nochmal starten würde. Einfach, weil ich weiß, es geht besser. Beziehungsweise Offscreen wäre mir das Warten natürlich auch eher egal. Von dem her würde ich vielleicht sogar weiterspielen. Einfach mal laufen lassen. So, jetzt können wir uns das ja mal anschauen. Wir haben da 13.000 Exportumsatz und sind weniger wie 13.000 im Minus. Noch zumindestens. Aufmachtlich geht das noch so weit runter, bis das Schiff kommt. Ah, aber der Exportumsatz geht auch rauf. Dann sehen wir ja, nach meiner Theorie müssten wir jetzt ein bisschen was importieren. Werden wir gleich sehen. Ja, da läuft es jetzt einmal. So, Schiff nähert sich dem Hafen. Schauen wir mal, ob wir das auch wirklich sehen. So, jetzt sind es 22.000 schon geworden. Importkosten 5000. Hier ist die Frage, ob jetzt importiert wurde oder ob sich das aufs nächste Schiff bezieht. Vermutlich aufs nächste. Obwohl, jetzt sind gerade ein paar Tausende weggegangen. Also ich... Hm. Gut, müsste man sich anschauen. Ich kann jetzt gerade nicht zurückspulen. Aber ich hätte gerade das Gefühl gehabt, dass es uns schon noch abgezogen worden ist. Na ja. Wie auch immer. Machen wir weiter mit Mais. So, Autos. Was kostet uns denn die entsprechende Fabrik? Vermutlich viel zu viel. Autofabrik. 23.000 mit den Plänen. Umwelt ist eigentlich das Einzige, wo es jetzt gerade nicht passt. Na, kümmern wir uns um das noch. Bevor ich die Autofabrik baue, vielleicht eine gute Idee. Ja, und ein Fuhrparkbüro. Ja, ist die Frage, ob das genügt. Oh, was uns auch noch fehlt. Hm, habe ich ganz vergessen. Das ist ein Supermarkt. Viel vergessen in der Mission, kommt mir vor. Erdöl exportieren. Wisst ihr was? Das nehme ich an. Das machen wir. Nachdem wir uns um die Umwelt gekümmert haben, versteht sich. So. Die ist auch fertig. Okay, dann. Schauen wir mal. Ah ja, da am Strand. Und da. Schaut es schlimm aus. Nachdem wir hier vorhaben, noch eine Fabrik zu bauen, ist das sicher der beste Platz, um zu starten. Zwei Verbrecher. Ah, da steht sie. Importierte Güter. 4.000. 5.000, obwohl wir im Minus waren. Also ich glaube, das haut wirklich hin. Das können wir eigentlich auch noch machen. Oder heißt zu wenig Energie. Wieso das denn? Naja, wir verbrauchen wirklich alles. Okay. Ich würde sagen, das leistet man uns noch einfach vorsichtshalber, weil ich erinnere mich sonst mal meine Wetterstation haben und ich habe die Upgrades nicht gemacht. Ja, die Exportumsätze sind jetzt noch nicht gerade extrem hoch. Ja, die Ausgangsleisten sind jetzt auch nicht überfüllt. Von dem her, an dem liegt es auch nicht. Ja, ich sage es euch, wie es ist. Wir haben einfach nicht super gut gespielt bis jetzt. Ich brauche mehr Dinge, mit denen wir Geld machen. Öl. Warum nicht? Warum nicht? Boah, Turm. Vielleicht nicht direkt in die Stadt. Da macht es sich eigentlich ganz gut. Ah, Moment, Moment, Moment. Wenn wir schon dabei sind. Machen wir auch einen Kreis verkehrt raus und machen wir hier ein Parkhaus her. Ah, da geht einfach nichts weiter. Mir geht es gerade viel zu langsam. Na ja, gut für euch. Jetzt wird es ja ein paar mehr folgen. Allerdings schlecht für mich, weil ich muss dann halt viel länger aufbleiben, weil ich das ja am Stück durchspielen möchte. Na gut, zwei Bohrlochminen und eine Elektronikfabrik ist offensichtlich nicht genug, um reich zu werden. So, haben wir entsprechend gebildete Leute, wenn nicht, hoffe ich, dass schnell welche in die Hochschule springen und sich ausbilden lassen. Jetzt habe ich auch ewig nicht mehr reingeschaut. 22 Arbeitslose. Jetzt mal nicht extrem viel. Ah, super. Da sind wir entsprechend besetzt. So, knapp ins Blut sollten wir auch wieder kommen. Dann baue ich gleich das nächste. So. Ja, werden wir da als nächstes uns um die Umwelt kümmern müssen. Handelspreis für Autos ist um 25% gesunken. Ist natürlich nicht gerade ideal. Ich glaube, ein zweites Fuhrparkbüro wird auch das nächste sein, was wir brauchen. So, da wird hoffentlich schon fleißig abgebaut. Moment, sehe ich nur noch Minus. Ah, jetzt haben wir was im Ausgangslager. Sehr gut. Öl hat man echt eine Menge. Ja, hm, was machen wir denn? So dahintümpeln. Moment, haben wir eh nicht viel Wahl. Ja, ein Fuhrparkbüro brauchen wir eindeutig. Ja, so langsam steigt es. So ganz langsam. Ja, Ölraffinerie wäre natürlich auch noch eine gute Idee. Ein zweiter Hafen wäre auch noch eine gute Idee. Ja, Moment, wäre viel eine gute Idee. Wenn man so weitergeht, spielen wir bis zum Jahr 2020 oder so. So, Fuhrparkbüro. So, Fuhrparkbüro. Gut, Pumpen laufen. Exporte steigen. Ja, dann können wir, glaube ich, das nächste Thema uns überlegen. Autofabrik. Schreiben wir zumindest mal frei. Machen wir sie denn da. Da schaut es auch wieder ein bisschen besser aus. Okay. Ja, gut. Zufrieden ist was anderes, aber immerhin läuft's. So. Autofabrik. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Nächste, was wir machen. Da spare ich jetzt. Ja, wieder Gehälter erhöhen. Auch schon ewig nicht gemacht. Ja, die Kathedrale wäre auch schon überfällig. Das kostet natürlich ein zweiter Hafen. Auch nicht gerade wenig. Platz machen wir die Autofabrik. So. Falls ihr da hinpasst. Vom Geld her soll es sich ja jetzt ausgehen. Präsident. Ja, können wir eigentlich noch ein paar Pumpen aufstellen. Okay. Ja, so langsam wird's ja wieder. Einwanderer bekommen wir auch dazu. Puh, okay. Aber C. C, C geht's da hin. So. Bis jetzt mal noch nicht der krönende Abschluss. So. Soll ich das jetzt gleich annehmen und noch ein bisschen warten? Ich glaube, ich warte noch. So, Hafen. Soll ich mir noch einen zweiten Hafen leisten? Lieber vorher noch was anderes. Lieber noch einen Bortum. Gut, 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 gut. Der Autofabrik ist auch fertig. Ich hoffe mal, wir haben die entsprechenden Arbeiter. Ah ja, wir haben jetzt Strom aus. Brauchen wir auch ein Upgrade. Genau. Nicht vergessen. Das wird man auch gleich machen. Ja. Würde ich sagen, machen wir eine Pause an der Stelle. Ich glaube, das bekommen wir schon noch hin. Schaut mir nicht so schlecht aus im Moment. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vier, denk. Und baba.